Ja, hallo Jens. Hallo Ralf. Schön, dass du hier vorbeigekommen bist. Wir haben uns neulich unterhalten über Agroforst-Systeme. Das ist dein Bereich. Vielleicht stellst du dich kurz vor. Was machst du gut? Also, ich bin im Bereich Agroforst unterwegs, zusätzlich zu den Kurzumtriebsplantagen. Und im Agroforst-Bereich legen wir Plantagen an. Wir planen die im größeren Stil. Also es gibt ja verschiedene Formen von Agroforst. Und im Moment sitzt der Fokus eher so an Bepflanzung von Hühnerausläufen. Also sprich, das sind Agroforst-Systeme, die mit Tieren kombiniert werden. Was ja eine gute Kombination ist. Und nochmal, falls jemand nicht weiß, Kurzumtrieb ist halt, dass das wirklich nur fünf Jahre wächst. Dann werden die Bäume runtergeschnitten, auf den Stock gesetzt und treiben wieder aus. Was ja viele Bäume machen. Genau. Das ist, es gibt drei verschiedene Systeme. Das ist Kurzumtrieb, Mittellang und Langumtrieb. Der Kurzumtrieb ist, wie du gesagt hast, so drei bis fünf Jahre. Das liegt immer dran, so ein bisschen, wie sie gewachsen sind. Die werden dann mit einem Feldhäcksler geerntet. Und dann gibt es den Mittel. Das Material geht in der Regel eigentlich in die Biomasseverbrennung. Meistens. Es gibt ein paar andere Anwendungsbereiche, aber die große Masse ist im Moment noch das. Und der Mittellangumtrieb, das ist dann eher so für Industrieholz, beispielsweise Zellstoff, kann man das nutzen und so weiter. Möbel, Ikea beispielsweise, ist ein großer Player auf diesem Gebiet. Und der Langumtrieb, das sind dann Bäume, wo man dann tatsächlich Brettholz oder sowas von machen kann. Oder Furnierholzqualitäten. Die Bäume, mit denen wir arbeiten, sind in der Regel Furnierhölzer. Die kommen aus dieser Züchtung und bilden sehr gerade, schöne Schafte aus, damit man dann eben gutes Furnier daraus gewinnen kann. Und die Definition ist eben, wir haben ja das Problem, das sind ja Bäume, die auf der Ackerfläche stehen. Das heißt Problem. Und per Definition müssen die alle 20 Jahre geerntet werden, weil sonst wird es Wald. Also das heißt, mindestens einmal in 20 Jahren muss eine Ernte erfolgen. Das heißt, der Langumtrieb wird auch nie länger als 20 Jahre sein. Oder die Gesetze ändern sich. Oder die Gesetze ändern sich. Man weiß es nicht. Genau, das kann natürlich auch noch passieren. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Gesetze sich nicht ändern in dem Bereich. Weil eigentlich sind sich alle einig. Also ich komme von der Seite Bodenverbesserung und habe da gemerkt, oh Bäume im Feld sind gut. Weil wir haben tiefe Wurzeln, holen Nährstoffe hoch, es fallen Blätter runter, das führt zum Humusaufbau. Und du kommst eher von der Seite, wie kann man produzieren im Acker, dass man ein zusätzliches Produkt hat. Genau. Wir haben ja das Problem, dass die Landwirtschaft nicht auf Rosen gebettet ist. Das heißt also, jede Fläche, die die Landwirte in der Produktion verlieren, muss irgendwie substituiert werden. Das heißt also, für die Landwirte ist es völlig uninteressant, eine Heckenstruktur inzubauen mit zum Beispiel Heckrosen, Weißdorn. Also alles, was ökologisch wertvoll ist, heißt nicht unbedingt, dass das auch ökonomisch wertvoll für den Betrieb ist. In Schleswig-Holstein schon, weil da ist die Winderosion geringer, es ist halt, die Feuchtigkeit bleibt. Also da macht es auch ökonomisch Sinn, diese Knicks. Genau. Aber das ist natürlich nicht überall so. Das ist, also in der Theorie ist das überall so. Aber wir haben ja das Problem, dass wir durch die Erwärmung und durch die trockenen Phasen, die wir haben, gerade so beispielsweise im Brandenburger Raum, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, ja sehr viele Sandstürme haben. Und da muss man sich natürlich fragen, man muss einfach sagen, da brennt die Hütte. Da muss schnell was passieren. Absolut. Und eine Hecke, bevor die Windschutz gibt, braucht die mindestens 15 Jahre, bis sie steht. Und das heißt, so wie wir bei uns, wir sagen da eher, wir gehen dann eher in die Pappel als Pionierpflanze vorweg. Und dann kann man sich überlegen, ob man da noch irgendwas anderes dazwischen macht. Und die Pappel vor allen Dingen deswegen, weil die sehr schnell wachsend ist, die ist sehr günstig. Und man erreicht in der Regel im zweiten Jahr, wenn man gut gepflegt hat, sehr hohe Wuchshöhen und dann hat man auch schon einen Windschutz auf der Fläche eingefleihen. Also in der Regel, wenn die Flächen nicht allzu trocken sind und die Bäume, wie gesagt, gut gepflegt worden sind, kann man schon davon ausgehen, dass vier bis sechs Meter nach dem zweiten Jahr an Wuchshöhe da ist. Und das ist natürlich brechender Wind. Ja, also das ist halt das mit Wind und das muss ja nach der Sonne ausrichten. Also ich muss ja Nord-Süd machen, sonst habe ich verschattete Flächen, wo ich nichts mehr machen kann. Und das ist halt in manchen Gegenden, Schleswig-Holstein passt, weil die Hauptwindrichtung ist West und dann stehen die richtig. Und jetzt gibt es ja noch eine andere Form von Agroforstsystemen. Das ist eigentlich die, die ich propagiere, wo ich auch eine Versuchsfläche mache. Das ist dann mit Nahrungsproduktion. Und das weiß ich, das ist für die meisten Bauern zu ambitioniert. Das ist sehr langfristig gedacht. Hast du damit auch schon zu tun gehabt? Also Esskastanie, Walnuss und so weiter. Ja, es ist so, dass, also wirklich, man muss es sagen, in homöopathischen Dosen nachgefragt wird. Also mehr ist das wirklich nicht. Wir bieten jetzt ab nächstes Jahr auch in dem Bereich etwas anderes an, außer Pappel. Aber die große Masse wird das nicht werden, weil das einfach, man muss es einfach sagen, das ist den Bauern zu teuer. Die Förderung ist zu gering dafür auf den Flächen und das wollen die einfach nicht. Und das Problem ist auch, große Ackerbaubetriebe, die sind sehr spezialisiert auf bestimmte Marktfrüchte und die müssten eine komplett neue Vermarktungsschiene in der Regel dafür aufbauen. Und das wird schwierig für die Betriebe. Da gibt es aber eine Brücke und das nennt sich halt, ich meine im Industriebereich gibt es das Contracting. Das, was man nicht selber macht, wo man aber Möglichkeiten hat, gibt man raus. Also das wäre im Grunde, dass man sowas aufbaut und dann aber streifenweise verpachtet. Und so eine Nahrungsproduktion, Esskastanie, sehr hochwertig, Walnuss hochwertig, das ist Holz von Walnüssen. Das kommt zwar erst spät, insgesamt kann das eine gute Wirtschaftlichkeit erreichen, aber ganz klar, es fehlen die Leute, das zu machen in den Betrieben. Wenn dann aber Menschen sagen, okay, ich mache als Teilerwerb, nehme ich 100 Meter, die pachte ich und bewirtschafte die. Die Haselnüsse kann man noch produzieren bis zum Beerenobst. Das ist im Grunde wie ein kleiner, ja, nicht nur Gemüsebaubetrieb, sondern halt im Grunde so Beerenobstbetrieb, Obst und aber auch dann Esskastanie und so. Da sehe ich schon Möglichkeiten, aber ich weiß, es ist ein langer Weg und ich habe jetzt selber seit drei, vier Jahren so ein System hier am Start. Man sieht immer noch fast nichts, das ist halt wirklich eine Sache, die sehr lang in die Zukunft geht. Sehr langfristig das Ganze. Es gibt, also in den Bereichen, wo wir im Moment tätig sind, wo Agroforce Systeme von dem Typ, so wie wir den anbauen, anlegen, dort in dem Bereich, muss man sagen, wird das eigentlich eher erstmal nicht gemacht. Also es wird eher in diese Richtung gegangen, wir sehen dann zu, dass wir erstmal in die Fläche kommen und dann wird einfach gesagt, ja, ich mache jetzt einen bestimmten Edelbaum, setze ich dann dazwischen. Es ist ja auch so, dass ganz viele von den Edelhölzern, also ich bezeichne das jetzt mal als Edelhölzer, das ist genauso wie bei der Nahrungsmittelproduktion, die Bäume, die brauchen ja eigentlich eine Begleitvegetation. Und da sind ja Bäume eigentlich hervorragend geeignet und deswegen empfehlen wir ja auch eher, dass das in diese Richtung geht, dann nehmt doch einfach einen Baum da raus, setzt eine Kastanie rein. Oder sowas dann, weil das ist, man darf es nie vergessen, das ist ein riesengroßer Kostenfaktor, wenn so ein Betrieb, ein großer Betrieb Agroforst anlegt und das wären beispielsweise mal in der Größenordnung 20, 30 Hektar, das sind zigtausend Bäume, die da gesetzt werden müssen. Ich war auf dem Hof, 150 Hektar Hof, die hatten gerade 30.000 Bäume in Auftrag gegeben. Das sind Größenordnungen, da wird einem schwindelig und das kostet natürlich richtig und da muss man ein bisschen Luft haben. Also das ist halt, das kommt nicht im nächsten Tag, nicht im nächsten Jahr, auch nicht im übernächsten, sondern es dauert vier, fünf Jahre, bis erst mal das Geld reinkommt. Und da ist halt die Beweidung eigentlich ein schöner Doppelnutzung, dass man halt wirklich diese Flächen beweidet, weil ja, die Weide als Weidebaum oder auch die Pappel oder die Erle, diese Schwarzerlen, die auch trockenresistent sind, war früher Futter, das Laubheu, das war Erle. Und das ist halt etwas, wo man dann eine schöne Doppelnutzung hat. Wird das auch nachgefragt? Da sprichst du ein ganz interessantes Thema an. Also wir haben tatsächlich im Moment ein Projekt am Laubsen, das heißt Futterlaubwirtschaft für kleine Wiederkäuer. Da wird jetzt im Moment nochmal wieder versucht, altes Wissen aufzufrischen. Und zwar geht es einfach darum, inwieweit kann eine Laubfütterung zum Beispiel das Futter substituieren im Sommer, was ja beispielsweise im Brandenburger Raum zum Beispiel höchst interessant sein könnte, weil die ganz häufig nur einen Schnitt runterbekommen, dann vertrocknet es, aber die Bäume wachsen noch weiter und geben Laub. Und dort in dem Bereich sind wir gerade zu Gange und versuchen dort Ergebnisse zu bekommen. Wie weit ist das praktikabel? Ist das sinnvoll? Wie ist das mit der Arbeitstechnik? Weil man darf nicht vergessen, das ist sehr, sehr arbeitsaufwendig. Also jeder, der Ziegen kennt, der weiß, wo man Ziegen hinlässt, da wächst kein Gras mehr und auch keine Rinde, nichts, also alles weg. Das heißt also, man kann die nicht einfach so zum Beweiden da rein schicken. Und bei Schafen geht es besser. Mit Schafen geht es besser. Besser gehen, genau. Und Hühner hat es angesprochen, das ist auch eine ganz gute Kombination. Die Hühner sind sozusagen das Erste, wo man, ich sage jetzt mal, in Deutschland in größeren Formen Agroforst angelegt hat. Weil es einfach darum ging, die Hühner besser auf der Fläche zu verteilen. Das ist einfach, es ist schwierig damit anzufangen. Aber wenn man erst mal einen Leuchtturm hingesetzt hat und die Leute sehen das, dann sagen die, ja, das sieht gut aus. Man sieht es ja förmlich, wie die Hühner sich besser auf der Fläche verteilen. Dann verbreitet sich das auch. Und das ist so, wo man merkt, das wird so ein bisschen mehr in dem Bereich. Vor allen Dingen, das Ei ist ja eigentlich nur dann hochwertige Nahrung, wenn das Huhn pickt, wenn das Grünzeug frisst, wenn es mal einen Wurm holt, Käfer. Und wenn es dann aber auch noch an Bäume rankommt, umso besser. Und da gibt es noch jetzt vielleicht zum Abschluss noch ein Thema. Es gibt so eine alte Bezeichnung für so ein Feld rein. Das ist die Hasenapotheke. Die Hasen, wenn es denen nicht gut geht, die gehen dann dahin. Da gibt es vielleicht ein paar hundert Spezies. Die wissen genau, ah, das nehme ich jetzt. Also es ist halt einfach auch ein Aspekt. Also gerade bei der Beweidung, die Tiere haben halt eine Vielfalt, werden nicht so leicht krank. Einsparung von Tierarztkosten, weniger Medikamente. Und dem Kunden kann man natürlich vermitteln, dass es den Tieren da besser geht. Und ich finde auch den Aspekt ganz wichtig. In Brandenburg gibt es einen Bauern, wo wir festgestellt haben, den kennen wir beide. Und der hat ja tatsächlich gesagt, dass das mit der Trockenheit, das kriegen wir nur weg, wenn wieder Bäume in die Landschaft kommen. Weil da ist fast nichts mehr. Und mit dem machst du ein Projekt. Vielleicht noch zum Abschluss noch so ein Wort über Klimafeuchtigkeit halten, den Wasserkreislauf stärken. Also bei Agroforstsystemen ist es so, das Agroforstsystem hat zwei große Vorteile für die Umgebung. Das eine ist, der Wind kommt von der Fläche. Das heißt also, Bodenerosion wird weniger. Die Verdunstungsraten gehen dadurch natürlich drastisch runter. Der zweite Effekt ist die Taubildung. Also das heißt, die Bäume fördern aus tieferen Schichten das Wasser nach oben, verdunsten den ganzen Tag über und halten dadurch die Luftfeuchtigkeit zwischen den Reihen höher und dadurch stabilisieren sich die Erträge. Das ist ja auch, das ist zum Beispiel auch mit einer der Hauptgründe, warum man sagt, also man kann 10 bis 15 Prozent der Fläche mit Bäume vollstellen, dann erntet man von der Rest der Fläche genauso viel, als wenn da keine Bäume sind. Und in heißen Sommern mehr, weil die Beschattung dann dem Ertrag hilft. Es geht im Schnitt. Also wenn man ein sehr nasses Jahr hat, dann ist der Effekt gleich null. Aber das muss man immer so ein bisschen dabei berücksichtigen, Landwirtschaft ist nicht ein Jahr, sondern das ist viele Jahre. Ja, prima. Und das muss man dabei berücksichtigen. Also deswegen ist es auch nicht schlimm, so für die Ernährung, dass man sagt, also ja, wenn wir jetzt alles mit Bäumen vollstellen, dann haben wir nichts mehr zu essen. Das stimmt einfach nicht. Nee, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wichtig. Wir haben bessere Nahrung, besseren Boden, höhere Nährstoffdichte, auch in der Frucht, im Futter. Und wo kann man sowas anschauen? Ich meine, das ist spannend und wo sind gute Projekte dafür? Also das in meinen Augen interessanteste Projekt ist in der Tat südlich von Berlin, in Merkel-Schwilmers, Dorf, da haben wir Agroforst auf insgesamt jetzt etwa 100 Hektar schon angelegt. Naja, ja. Das ist ganz vielfältig. Also wir haben teilweise ein Keyline-Design darauf gelegt. Also das heißt Regenwasser zu leiten und einzusickern. Ganz genau. Und eben auch ganz normale Agroforst-Systeme in Streifenfunktion. Dann haben wir dort eine halb essbare Hecke, sage ich jetzt mal so, eine Heckenstruktur angelegt dazu, um den Wilmers Gärten herum. Also da gehört das, das ist der Ansprechpartner. Und wer so viel im Bereich Marketing, Gartenmarketing unterwegs ist, diese Marktgärten-Bewegung. Ja, genau. Und also die Maria Feminist, die ist da sehr engagiert in diesem Bereich. Und das ist eben Wilmers Gärten in Merkel-Schwilmersdorf. Wunderbar. Das kann man, das schreiben wir nochmal drunter, dass Leute das finden, weil es ist einfach nur, wenn man das praktisch sieht, kann man sich das überhaupt vorstellen. Und das ist halt einfach was, was ich halt auch merke, wenn wir haben viel mit Bauern zu tun. Das Erste ist, wo kann man das angucken? Ja. Und da habt ihr jetzt, oder du hast da Pionierarbeit gemacht, du hast viele Projekte vorangebracht. Und wir haben, wir sind so, wenn man zum Beispiel, es gibt ja bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook, kann man ja so, wenn man Agroforst eingibt oder Kurzumtriebslantage, Baumfeldwirtschaft ist noch in Dortmund, genau, das ist zum Beispiel einer unserer Mitwettbewerber, Philipp, genau. Und also dort kann man schauen. Also das ist, wir sind eine ganz kleine Community, wir arbeiten alle mehr oder weniger gut zusammen. Also das ist einfach, der Markt ist sehr, sehr klein. Aber er wächst, weil jetzt jeder, der sich was angucken kann, sagt dann, oh, das will ich auch machen. Und dann wird losgelegt, oder? Genau. Ich sehe das optimistisch. Also ich denke, das wird ziemlich zunehmen, einfach weil wir müssen halt irgendwie die Wasserwirtschaft wieder in Gang bringen, viele Gegenden, da fällt der Grundwasserspiegel, man beregnet, aber wenn es regnet, sickert es nicht ein, weil die Böden kaputt sind. Agroforst lässt das Wasser einsickern, hält die Böden feucht, weniger Verdunstung, wie wir gesagt haben. Und damit haben wir dann eine Stabilisierung des Kleinklimas, der Wasserkreislauf funktioniert wieder. Und das dürfte auch in Brandenburg dann funktionieren. Wir werden das dann sehen. Ich bin da sehr optimistisch, dass das funktionieren wird. Also man sieht es ja. Also wenn ein Leuchtturm irgendwo steht, dann kommen dann die Nachfragen auch dazu. Prima. Herzlichen Dank. Danke auch. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.